Meine LOL-Welt Ruhig, ruhig Hallo Brüderchen Hallo Was ist das hier, ein schönes Pferd? Darf ich auch mal reiten? Nee, das wird dich jetzt nicht lassen. Du musst es zuerst füttern. Gib mir eine Karotte oder einen Apfel. Ich nehme einen Apfel. Hier ist es. Es hat alles aufgegessen. Wie toll! Jetzt kannst du es reiten. Hurra! Komm, schneller! Gummich 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 Was für ein schönes kleines Pferdchen! Gummich Gummich Wie soll ich hochkommen? Es hat keinen Sattel. Genau Du musst es erst satteln. Erst kommt die Schabracke. Die schützt den Sattel vor Staub und Dreck. Jetzt kommt der Sattel selbst. Gummich Gummich Jetzt ziehen wir den Sattelgurt fest. Gummich Fertig! Jetzt kannst du reiten. Gummich 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 Folg mir! Halt dich fest! Das war ein toller Ritt. Ich gehe nach Hause. Warte, das war noch nicht alles. Nach einem Ritt musst du dem Pferd was zu trinken geben. Und was zu essen. Hier hast du eine Karotte. Du musst den Sattel abnehmen. Und in die Mähne kämmen. Das war's. Lass uns nach Hause gehen. Ich glaube, du hast was vergessen. Du musst das Ding abnehmen. Stimmt. Das Geschirr muss man auch abnehmen. Und es zudecken. Danke euch, Pferdchen. Ruht euch aus. Ruht euch! Ruht euch aus. Ruht euch aus. Ruht euch fucks! Taage wirk!